die 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 genau so das heißt wenn ich jetzt das Signal hier hochnehmen dann was da ist ja so ungefähr dann hier ein Signal draufgebe Hallo Beb Tobi ja dann wird hier erstmal dick Holz extrahiert damit was ist mit Tobi komm mal her ja Tobi ist gerade auf dem Weg to the Query äh ach du da steht Arne Arne komm mal her äh ja komm 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 ETF das oh scheiße da ist der drück mal den ey wir haben einen neuen Query wusste ich gar nicht so dann dann muss er das jetzt mal unten ab oder das ist wenn man das AKW einschaltet das ist aber schnell der Query das ist wild das wird nein nein das ist es nicht äh geil das heißt aber aber das AKW wird noch nicht angeschaltet wird nein also nicht angeschossen nein das habe ich noch nicht angeschlossen und das geht es dann immer zweimal sozusagen ich wusste gar nicht dass wir einen neuen Query haben beim Ausmachen wir haben ne beim Ausmachen gar nicht eigentlich müsste es zweimal gehen oder Leute ich wusste gar nicht dass wir einen neuen Query haben ja hä ja den hab ich einfach mal umgesetzt gehabt weil der alte nix mehr gefördert hat weil er bis zum Bedrock eingegraben war oder genau ja wir haben wieder ein neues Ohr das find ich gut und pack das mal da rein, das pack ich mal da rein Scheiß-Frame einfach, ey Dann nehme ich mal hier die ganz... Das, 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 das... Das, 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 das... So, ich werde jetzt mal einen Dicken MFSU craften Haben wir doch Nur weil ich es kann Ja, ich habe gerade Diamanten als Gold hergestellt Oh, da ist mein Lininggeister drin Diamanten aus Gold Ich glaube das war... Ne, da ist noch was, was ich verbrennen kann. Alle noch? Eines der Goldstone? Gibt's das? Hm, ja. Ich hab noch vier im Inventar. Was hab ich denn in meinem Mining-Laser? Warte mal, ich kann vielleicht noch hier das Timing ein bisschen justieren, damit das ein bisschen more awesome ist. Ja, so ein Laser ist schon geil, ne? Ja. Upsala. Könnt man fast, äh, ja. So unterschreiben. Äh, warte, ich möchte vielleicht mal ein bisschen warten. So, jetzt wird's Nacht. Yay. Yay. Oh, ich hab glaub ich ne Höhle gefunden, oder? Das ist die Schlucht hier. Boah, ein Extraktor. Ich hab ein Batpack hier noch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles hatte. Ach, hier ist noch ne Wand zwischen den zwei Queries. Ich weiß nur, dass ich ein Solar mit Aqua Affinity hab. Also, scheiße. Hm, 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 hm. Ich wär mal dafür, dass wir mehr Queries, äh, Barrels, ja genau, Barrels, brauchen. So. Fuck, da kann ich dich nicht informieren. Wo, wo, wo Tobi? Tut mir leid, äh, dass hier jede zwei, äh, äh, keine Ahnung, jede zwei Minuten wahrscheinlich ist das, oder so. Jede drei Minuten. Aber das, ich weiß, woran's liegen könnte. Das könnte in Fraps liegen, wenn's ne neue Datei erstellt. Ja, und wie kann ich das unterbinden? Ähm, eigentlich, nicht wirklich. Ja, aber bei euch leckt's auch nicht an. Nö, ich weiß auch nicht. Das könnte entweder darin liegen, wenn deine Festplatte da relativ voll ist. Warte mal, bis... Ich muss mein Def... Festplatte vielleicht mal wieder defragmentieren, das hab ich nämlich noch nie auf dem Computer gemacht. Wäre ne Idee. Wäre ne Idee. Macht ihr das regelmäßig? Scheiße, da hat noch wer Redstone. Ha, dann sollte ich das Frühstück mal machen. Wie viel brauchst du? Äh, Stack. Gute Idee. Ich hab vier Stück. Ja, wiff mal rüber. Aber ich installier eh mein Windows neu, also... Ach, warte mal halt. Boah, Alter, ich muss das so besuchen. Warte mal. Warte mal. Verdammt. Irgendwo Redstone haben. Kann ich Redstone mal herstellen? Kann ich Redstone mal herstellen? Kann ich Redstone mal herstellen? Ja, schon, ne, ich hab zwei Herzen für noch. Redstone willst, frag den Zap, wie kennt sich damit aus? Warte, wir könnten einfach mal farmen gehen. Ich hab ne Fortune Spitzhacke. Ja, lass uns, lass mich mal mit farmen gehen. Ja, lass uns mal machen. Komm, wir gehen alle zusammen farmen. Let's farm together. Ist mein Jetpack voll, ja, mein Jetpack ist. Ich sollte mal meine Nanosuite aufladen. Suit, besser gesagt nicht. So, hier in dem Project Table ist grad drin, was ich unbedingt später noch brauche. Ich lad grad auf. Ja, ich muss nochmal meinen, äh... Achso, ja. Boah, ich bin so froh, dass ich diesen Ventilator habe. Mach das mal ganz kurz, ich muss da mal ganz kurz, äh, warte, ich lad das jetzt am AKW auf. AKW, unsere beste Aufladestation. Ach da, ich, ach da ist der Query. Neu! Ich mach mal hier die Mittelwand. Hey, wir könnten ihn ja mal ganz kurz anschalten. Den Query, der ist schon die ganze Zeit an. Nein, den Query meine ich ja nicht. Wer meint das AKW? Ach, das soll... Oh, da muss ich aber dabei sein. Äh, weil der MFE, der da dran steht, ist, äh, äh, grad nicht voll. Und da kann sich einer zum MFE stellen, der andere, äh, dann mach ich das AKW an. Bei mir ist alles voll. Ja, Alter, lass... wartet noch auf mich, ich hab ne Lore. Lo-lo-lo. Wartet, ich feels kurz. Glas bräuch. Ich war's bei euch. Glase. Ja, jetzt kommt sie jetzt. Glas. Glas... Glaspellgen oder Glasscheiben? Ähh, gut, das ist gleich, aber... EPIA! Speinebacke... Okay, Leute, einer stellt es zum MFE, und der andere macht den... Achso, eu kannst du auch bis in den Leather oder ich muss in den Leather. Was miaust du Lever? Alles voll. wenn der war, steht doch da vorne einer ne aber nicht beim AKW ja den kannst du nehmen achso ok der ist unwichtig war nur zu Demonstrationszwecken da Leutjes ich komme dann komm du mal wie komm ich hier eigentlich vom Mining Turtle Loch zurück geht das irgendwie Mining Turtle oder Query vom Mining Turtle Loch ich komm nicht zurück, ach das find ich super wo bin ich denn jetzt reingeraten Silbert lass mich raus guck wo ich drin bin ich hab keine Ahnung wo drin bin ich geb dir den Tipp Mobfalle jetzt komm mal her ich bin da reingekommen ich weiß es nicht scheiße ich bin fast nein nein und es leckt oh scheiße geh runter 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 nach vorne WTF Tobi wie kommst du da rein über das Loch hier da unten ist ein Slime ich würde hier gern raus wer schält den MFL äh den AKW warte Tobi ich komm nicht mal retten Vorsicht hier wird geschossen ich komm auch ich kann aber nur weil ich es kann ich schieße jetzt hier einfach durch und weil ich die stärkste oh scheiße da hab ich falsch geschossen geschossen aber ich bin da Tobi ist erster als du Sepp wo bist du hin ich bin erster als du achso der ist unten durchgelaufen ne durch die Wand komm Tobi Tobi du machst AKWern und ich warte hier beim MFE und schau wie schnell das geht wahrscheinlich äh geht der MF achso ich denk mir grad da fehlt Boden aber ich hab Angst dass der MFE kaputt geht aber scheiß drauf warte und stups aber halt welches zu viel Energie für den MFE ist aber egal ok oh mach einfach seid ihr bereit ja ok 3 2 0 ne die geht nicht kaputt oh ja geht und es kommt eigentlich ziemlich schnelle Energie rein wenn du mal in MFE schaust ja pro Sekunde ungefähr 1000 das passt schon ja kann man gelten das ist endgut das ist richtig gut das ist die Bahnstrecke so machen dass man auch zurückfahren kann ich hätt nicht gedacht ich hätt nicht gedacht dass das so viel wird super achso hier kann man ja nicht raus wo sind meine Chemnitz Bags das reicht nicht in der frei für alle Kiste frei für alle Kiste nein da sind sie auch nicht drin so oder machen wir äh den das AKB mal wieder hübsch aus docken Funktionist wo sind die Ventilatoren hin wer die Ventilatoren da rausgenommen ich nicht fuck dann sind die der kaputt gegangen ernsthaft hast du der Kater städter nicht rausgenommen ja dann sieht sie zu schlecht dafür da kommen und sind nun jetzt gibt es viele klopft die das ist es ganz ehrliche wochen Reaktor-Head-Vent wo sind meine Kampus-Bags stelle ich her und stelle ich her weil hier sind sie nicht drin das war einmal Kenntnis aber keine Kenntnis Bags okay ich brauche mein Canvas-Bag äh ich hab kein Canvas-Bag für dich oder von dir ich brauche... da ist noch Canvas drin hier ja ein Stück so ich mach mal kurz unseren MFE kurz leer wo ist der Marble hier drin Marble das war irgendwo hier ich mach mal kurz so ne MFE leer ach da ist Marble und weg ist es! oh jetzt hab ich ja wieder Energie in meinem kleinen Ding Wolle hier ist so ein Cyber-Sword, das war da im MFE drin das ist meins guck mal kriegst ey guck jetzt hab ich hier 244.000 wo stand okay Leute ey das hat der Tobi angesammelt glaube ich da hinten ach nee warte ich will auch wieder in die voll falsche Richtung okay Leute boah ey ich komm hier an... ich denk hier andauernd hier ist die Bahnstrecke aber nee die ist ja in Stockwerke weiter oben da haben wir noch nicht alles raus gemeint äh die ist schon klar das ist... man sich verschiedene Sachen graben kann aber ich hab keine Fackeln dabei ne nur so als... ja ich auch nicht auch nicht doch eine jetzt hier hinten ist zum Beispiel noch viel Zeug zum Beispiel ist das Tanksten oder ist das normal Kohle? ne es ist Tanksten ja hier ist wirklich viel Zeug und da sind äh das Eisen bin immer formal ist mit ey Tobi ich hab was gefunden das war das zu raten was es ist Lappes nutzlos Lappes nutzlos li! Lappes nutzlos li! wey yey in dem Grund bin ich Level 0 ne Grund? ja ich war auch Level 0 auf der Ahnung ich geschlagen hab jetzt bin ich Level 30 aber... dich war nicht dran schuld dass du Level 0 warst Diamanten! ist du direkt Diamanten? halt nicht! nicht abbauen! wartet! wartet doch noch auf mich! ich verkleide hier nicht die... ja ich gab nur außenrum Kohlebahn hier bei mir bin ich ja hier ist gut wo bist du hier? ich hab mich verlaufen ah hier ach du bist hier? ich bin auch Vorsicht, 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 Vorsicht wo wohnst du? zuhause! ach nee da müsste ich dich ja kennen! ich wohne auch zuhause Wortsch'n 3 da ist Vorsch'n 3 da ist Vorsch'n 3 da ist Vorsch'n 3 da ist Vorsch'n 3 boi ich kann bauen nicht ich bin so gut und ich kann... oh! es ist Luft! oh! wie viele sind's jetzt? 8 das ist ja mal krank aus 2 Diamanten, 8 Diamanten weil ich schaue ob hier noch irgendwo was ist ja hier ist noch was, hier ist noch was Sepp noch mehr Diamanten? jo ich komm auch mal gleich zu euch deswegen grabe ich immer noch Osten rum nicht hauen nein ich geh noch Osten rum rum und noch mehr alter so äh, Sepp, Arne, wo seid ihr denn bitte? alter alter WTF, wie viele sind denn das? alter ich hab noch nie so'n großes Diamantfeld gefunden ich hab noch nie ich hab noch nie ja wo seid ihr? eins 27 alter, warte, das Gold kann ich abbauen wo seid ihr denn hingegangen? ich würd gern hinterherkommen äh, wir sind halt irgendwo wir haben mal wieder aus einer, aus einer Mine so'n mal wieder 27 Jahre wir haben Diamanten, wir können wieder gehen ne eigentlich nicht, wir machen weiter bis die Augen wieder lila sind bis dein Auge wieder lila ist wir bleiben schwarz das hast du gesagt ähm Arne, wo bist du? oh boy äh, Arne wo seid ihr? ja warte, ich komm nicht ab, Hol, Tobi komm wieder zurück äh, einfach schauen ich soll wieder back to the basics, ne? alter lol was machst du denn hier, du Spacken? weißt du, auf einmal steht so'n Skelett hinter mir und schießt erstmal voll vorbei da haben wir auch genug also in erster Linie brauchen wir Redstone, Leute hier ja, ich sammle grad Eisen I'm waiting for you Redstone, Gold und Diamanten was anderes brauchen wir momentan eigentlich überhaupt nicht Tobi, bist du wieder am Anfang? ich bin hier im oh, ich hab Eisen haben wir 10 Brave Stacks ja, und je mehr kann ich schaden also Tobi, hier, Anfang, Anfang, ich bin am Anfang hä, wie meinst du am Anfang? ja, da wo wo halt der Eingang zum Cave ist ja, welches Cave? hä? wo bist du denn? was bist du? ich bin im Haus hä? lol, wir sind doch schon lang mein, alter ja, und ich ihr habt mich ja nicht mitgenommen doch, doch da stand es mit uns dabei, als wir gegangen sind wir ist das Loch runter gegangen und dann in welches Loch denn? ja, das Loch da unter der Treppe ach da mein was müsst ihr mir sagen Tobi ich hör euch unfähig ey nix unfähig ey doch oh fuck it aber richtig unfähig nein doch nein bist du jetzt bald mal unten? ja, gleich ich fress grad noch ich mach das, dann werden wir fliegen achso kann man ja machen, ne? aber nur weil du es kannst ja, kann man machen, kann man aber auch lassen nein, es muss zu bleiben ja rein trete schon, ne? redstone da warte, mich erbauen seid ihr ganz unten? ja, ganz unten ach, guck mal redstone, willst du wieder erbauen? ja Karthay trustworthy komm 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 ich muss zu body ich bin ganz unten ja hier hinten nein, falsch Hi ach hier waren wir ja schon mal ne? ja, aber hier noch nicht oh kuck mal Oh jetzt Oh hier is K promote ah egal ne, nicht Bowser wollte ich nicht mehr reinspringen hey Enderman du Arsch uh Tobi klopft erstmal den Enderman Ja, und dann hat er Leck. Und dann hat er Lack. Gleich nach dem Leck. Wo seid ihr denn? Einfach den Gang weiter folgen. Irgendwann siehst... Du müsstest doch eigentlich meinen Namen sehen, Tobi. Welchen? Nein, meinen. Nein, welchen... Welchen Gang? Oh Mann, Tobi. Oh, 100% CPU-Auslastung, geil. Ich bin halt nicht so fähig. Naja, bist du wirklich nicht. Mein Computer ist auch unfähig. Warte, ich kann mich direkt abholen. Ja, aber ich bin... Oh, ich sehe einen Namen, ich sehe einen Namen. Kommt ihr dir entgegen? Naja, er läuft neben mir vorbei, dazwischen ist nur ne... Entschuldigung. Reform werden wir sicherlich nicht Abs acquittiert! Jaw